Herzlich willkommen zur Lösung dieses Falles. Eine Fachprüfung und damit, wie Sie sich vorstellen können, eine sehr schwierige Aufgabenstellung. In einem solchen Fall sollte man am besten nicht hinein stolpern, sondern sich ganz genau, da geht es auch um Zeitmanagement, am Anfang überlegen, welche Problemstellungen gibt es eigentlich, was ist zu lösen, wo liegen die groben Schwierigkeiten des Falles. Mit Blick auf die Stoffgebiete ist es nicht so kompliziert. Sie haben mehrere Hinweise darauf, dass sich der Sachverhalt zu einem Teil im Ausland abspielt, das heißt internationales Privatrecht wird von Bedeutung sein. Da haben Sie auch noch einen weiteren Hinweis dadurch, dass in zwei Rechtsverhältnissen die Anwendung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen wird. Und sonst handelt es sich um schuldrechtliche Fragestellungen, Schadenersatz, allgemeines Schuldrecht, die allerdings sehr kompliziert sind, vor allem deswegen, weil viele Beteiligte im Sachverhalt mitspielen. Und aus dem Grund sollte man am besten mit einer Skizze beginnen. Wir haben hier ein dreipersonales Rechtsverhältnis. Zunächst sagt der Sachverhalt, dass die Best Offer, die ihren Sitz in Deutschland hat, einen Kaufvertrag über zehn Autos um 400.000 mit dem Händler Anton abschließt. Dann haben wir einen weiteren Kaufvertrag, der Best Offer mit der K, die ihren Sitz wiederum in Österreich hat. Und hier wird über dieselben zehn Autos ein Vertrag abgeschlossen mit dem Kaufpreis von 300.000 Euro. Das ist natürlich kein Irrtum, sondern das nennt man die Handelsspanne. Diese Konstruktion können Sie nun gleich einordnen. Sie können das im Rahmen einer Vorfragenbeurteilung machen und müssen nicht sofort mit den Anspruchsgrundlagen beginnen. Diese dreipersonale Konstruktion, und viele sind an dieser Stelle schon gescheitert, ist nicht entweder eine Anweisung oder ein Streckengeschäft. Anweisung und Streckengeschäft schließen einander nicht aus. Wenn Sie über ein Streckengeschäft sprechen, dann reden Sie über die sachenrechtliche Einordnung der Konstellation. Wenn Sie über die Anweisung sprechen, dann handelt es sich dabei um die schuldrechtliche Einordnung dieses dreipersonalen Rechtsverhältnisses. Immer geht es darum, dass im sogenannten Einlösungsverhältnis zwischen C und A eben eine direkte Lieferung dieser zehn Autos erbracht wird. Die befinden sich da mit Beamtern und der schließt dann weitere Verträge ab. Einen Kaufvertrag mit dem Dieter, Sitz in Deutschland, einen Kaufvertrag über ein weiteres Auto mit der Event Transport und einen Leasingvertrag, Leasingraten 70 Euro pro Monat mit Franz. Und in allen drei Rechtsverhältnissen passiert dann etwas. Aber all diese Fragestellungen sind jetzt einmal unabhängig von der Einordnung dieser dreipersonalen Konstruktion. Das können wir gleich am Anfang fertig machen. Das Einlösungsverhältnis zwischen C und A nennt man deswegen Einlösungsverhältnis, weil es eben hier zu einer direkten Lieferung und damit zu einer Einlösung sozusagen kommt. Am intuitivsten ist wahrscheinlich die Bezeichnung des Rechtsverhältnisses zwischen B und C als Deckungsverhältnis, weil sich Best Offer bei C eindeckt, um die eigenen Kaufverträge im Valuta-Verhältnis mit Anton erfüllen zu können. Wir haben gleich im ersten Absatz die Information, dass diese beiden Verträge zwischen B und A auf der einen Seite und zwischen B und C auf der anderen Seite einen internationalen Bezug haben, weil ja B in Deutschland sitzt. Und dieser internationale Bezug würde, das sehen Sie schon anhand dieses Ausschlusses, den wir im ersten Absatz finden, würde die Anwendung des UN-Kaufrechts im Verhältnis zwischen B und C einerseits und B andererseits nach sich ziehen. Nun ist das UN-Kaufrecht allerdings dispositiv und nach Artikel 6 tatsächlich ausgeschlossen worden. Und das führt zur Frage, nach welchem Recht diese beiden Verhältnisse, Deckungs- und Valuta-Verhältnis zu beurteilen sind. Und hier haben wir die Rom-1-Verordnung zur Anwendung zu bringen, weil im Verhältnis der Beteiligten keine sachenrechtlichen Fragen zu klären sind, sondern, wie wir in diesem Fall recht einfach sehen, schuldrechtliche Fragestellungen. Und die Rom-1-Verordnung erlaubt zunächst einmal eine Rechtswahl nach Artikel 3. Allerdings, eine Rechtswahl wurde zwar getroffen, das war allerdings eine negative. Man hat die Anwendung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen, man hat aber nicht gesagt, welches Recht dann zur Anwendung kommt. Und damit müssen wir im Rahmen der Rom-1-Verordnung Artikel 4 anwenden, um das anwendbare Recht zu ermitteln. Und im Artikel 4 Absatz 1 Literar wird angeordnet, dass das Recht des Verkäufer-Sitzes maßgebend ist. Und im einen Rechtsverhältnis, nämlich im Valuta-Verhältnis, ist der Verkäufer Deutscher, also er hat seinen Sitz in Deutschland. Und im zweiten Rechtsverhältnis, im Deckungsverhältnis, ist der Verkäufer ein Österreicher. Die K. hat ihren Sitz, ihre Niederlassung in Österreich. Damit kommt im Deckungsverhältnis österreichisches materielles Recht zur Anwendung und im Valuta-Verhältnis kommt deutsches Recht zur Anwendung. Damit ist die international privatrechtliche Prüfung abgeschlossen. Sie können wieder zurück zur Anweisungskonstruktion kommen. Und sie wissen, dass die Anweisung nach österreichischem Recht dort, wo es zwei Verpflichtungen zur Leistung gibt, nämlich im Deckungs- und im Valuta-Verhältnis, einen doppelten Auftrag begründet. Das heißt also, C ist gegenüber seinem Vertragspartner, der B verpflichtet, der Anweisung Folge zu leisten, also die Autos bei A abzuliefern. Und genauso ist A verpflichtet, diese Leistung als Erfüllung des Kaufvertrages mit B anzunehmen. Und wenn Sie diese Vorfragen gelöst haben, können Sie sich jetzt mit den Rechtsverhältnissen von A zu seinen Vertragspartnern und all den Problemen, die damit zusammenhängen, zuwenden. Und damit können wir uns gleich dem ersten Rechtsverhältnis zuwenden. Und wir suchen uns hier ein beliebiges aus, nämlich den Dieter. Sie könnten genauso mit Franz oder mit Eventtransport beginnen. Das ist grundsätzlich egal. Und insofern hilft Ihnen eine solche Skizze dann auch zu sehen, dass der Fall zwar viele Beteiligte umfasst und sehr kompliziert ist, sich aber dann doch, wenn Sie so wollen, dekonstruieren lässt. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nur um das Rechtsverhältnis zwischen dem Dieter auf der einen Seite und der Sohe auf der anderen Seite. Dass der Dieter das Auto bei Anton gekauft hat, ist jetzt eigentlich irrelevant. Es geht in Wirklichkeit um das Rechtsverhältnis dieser beiden. Und Sie wissen aus dem Sachverhalt, hier löst sich die hintere Nummerntafel ab und beschädigt das Auto der Sohe. Jetzt haben wir allerdings wieder einen Auslandsbezug, denn das Ganze ereignet sich auf einer deutschen Autobahn. Das heißt, wir müssen nicht direkt den Schadenersatzanspruch prüfen, sondern wiederum im Rahmen einer Vorfrage die Anwendbarkeit des einen oder des anderen rechts einmal zunächst prüfen. Jetzt handelt es sich, dabei müssen wir natürlich immer schon einen Seitenblick auf die Frage machen, um welche Ansprüche es in der Sache geht. Dabei handelt es sich natürlich um schadenersatzrechtliche Ansprüche. Das sind außervertragliche Schuldverhältnisse. Das würde für die Anwendung der RUM-2-Verordnung sprechen. Sie wissen ja, die RUM-1-Verordnung betrifft vertragliche Schuldverhältnisse und die RUM-2-Verordnung betrifft außervertragliche Schuldverhältnisse. Allerdings, aufgrund der praktischen Bedeutung von Verkehrsunfällen hatte man sich schon lange vor der Erlassung der RUM-2-Verordnung auf eine völkerrechtliche Vereinbarung geeinigt, an der Österreich auch teilnimmt und das ist das Hager Straßenverkehrsübereinkommen. Und das Hager Straßenverkehrsübereinkommen verdrängt die RUM-2-Verordnung, wenn es zur Anwendung kommt. Und es kommt zur Anwendung, wenn mindestens ein Fahrzeug an einem Unfall beteiligt ist und außervertragliche Ansprüche geltend gemacht werden. Das ist bei uns der Fall. Wir haben hier das Fahrzeug des Titus, wir haben das Fahrzeug der Sohe. Es kommt zu einem Verkehrsunfall mit Auslandsbezug und damit müssen wir das Hager StVÜ anwenden. Dann ist es allerdings nicht sehr kompliziert. Ein kleiner Fallstrick allerdings nicht im konkreten Fall ist, dass man beim Hager Straßenverkehrsübereinkommen natürlich immer an Autos denkt. Es geht aber nur um Fahrzeuge und wenn Sie genau lesen, um den öffentlichen Verkehr. Das heißt, der Verkehrsunfall mit einem Auto ist nicht zwingend Voraussetzung für die Anwendung des Hager StVÜ. Da werden auch Motorräder erfasst, da werden sogar unter bestimmten Voraussetzungen dann Fahrräder erfasst. Im konkreten Fall haben wir aber kein Problem. Wir haben also einen Verkehrsunfall mit einem PKW und der Artikel 3, der ist einschlägig und knüpft ohnehin ähnlich wie Artikel 4 der Rom 2 Verordnung am Erfolgsort an und das ist im konkreten Fall Deutsche Autobahn. Dort passiert es Deutschland. Das heißt, wir müssten nach deutschem Schadenersatzrecht prüfen, aber Sie wissen ja, auch wenn Sie nach der international privatrechtlichen Prüfung zum Ergebnis gelangen, dass ausländisches Recht zur Anwendung käme, müssen Sie inhaltlich natürlich nach österreichischem Recht weiterprüfen. Wir bilden Sie ja hier nicht zum Weltjuristen aus. Auch der Richter, der dann in der Praxis einen solchen Fall entscheidet, würde dann einen deutschen Kollegen oder würde deutsche Sachverständige fragen und dann die Frage stellen, wie wäre der Fall tatsächlich nach Fremdenrecht zu lösen? Also der müsste das natürlich selbst auch nicht in jedem Detail selbst lösen können. Es gibt zwar Ausnahmen vom Artikel 3, die nämlich in Artikel 4 des Hagerstraßenverkehrsübereinkommens geregelt sind. Die sind hier allerdings, lesen Sie sich das in einer ruhigen Minute einmal durch, nicht einschlägig. Manchmal kommt das Recht des Zulassungsstaates zur Anwendung. Das ist aber hier nicht der Fall. Wir haben hier einen Unfall, der zur Anwendung des deutschen Schadensrechtserfolgsort führt. Damit können wir in einem nächsten Schritt eine materiell-rechtliche Prüfung vornehmen und bei einem außervertraglichen Schadensanspruch, bei dem ein PKW beteiligt ist, denken wir natürlich immer an zwei Haftungsgrundlagen. Auf der einen Seite an das EKG, also die verschuldungsunabhängige Gefährdungshaftung, und auf der anderen Seite das Deliktsrecht des ABGB. Da können Sie beginnen, mit welcher Anspruchsgrundlage immer Sie auch möchten. Wenn wir mit dem EKG beginnen, dann prüfen wir einen Schadensanspruch von SOE gegen Dieter auf Bezahlung des Schadens am eigenen Fahrzeug in Höhe von 1000 Euro im konkreten Fall. Das ist der Schaden an der Motorhaube und dieser Schadensanspruch, wenn wir ihn auf dem EKG fußen lassen, lässt sich relativ einfach durchprüfen. Es handelt sich um einen Unfall beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges. Es geht um das Kraftfahrzeug des Dieters, das ist im Betrieb, weil es fährt auf der Autobahn. Unfall ist ein plötzliches, von außen kommendes Ereignis. Tatsächlich, jetzt versetzen Sie sich in die Perspektive der SOE. Das passiert plötzlich und ist von außen kommend. Das Kennzeichen löst sich und beschädigt die Motorhaube. Wer haftet nach dem EKG? Es ist grundsätzlich der Halter. Das ist im konkreten Sachverhalt, mangel anderer Anhaltspunkte, der Dieter. Und da müssen wir nur mehr wissen, ob es einen Haftungsausschluss nach § 9 EKG gibt. Das wäre einschlägig, wenn das Ereignis ein unabwendbares wäre. Das war es nach dem Sachverhalt aber nicht, denn Sie lesen ja, dass der Dieter an seinem Fahrzeug hantiert hat. Der hat nämlich die Schrauben gewechselt und bei diesem Hantieren ist immer ein Fehler passiert. Damit liegt kein unabwendbares Ereignis nach § 9 EKG vor und es kommt im Ergebnis zu einer Haftung des Dieter nach dem EKG. Dann können Sie noch den deliktischen Schaden als Anspruch nach dem ABGB prüfen. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich hier aus dem Eingriff in ein absolut geschütztes Rechtsgut, der SOE, nämlich ihr PKW, das Auto. Und das Verschulden ergibt sich, Achtung, nicht aus dem Unfall selbst, denn der Dieter ist ja einfach nur gefahren. Im konkreten Zeitpunkt, als es passiert ist, hätte er nichts anderes machen können. Man liegt aber auch in diesem Zeitpunkt kein Verschulden vor. Nur das Verschulden knüpft natürlich an einer anderen Verhaltensweise an. Er hat die Kennzeichentafel abmontiert, hat eine neue aufmontiert und dabei hat er einen Fehler gemacht und insofern ist ihm natürlich ein Verschuldensvorwurf zu machen. § 1299 ABGB, das hätte ein sorgfältiger Autofahrer nicht getan. Damit lässt sich zusammenfassen, der Unfall zwischen Dieter und SOE führt zur Anwendung des deutschen Schadenersatzrechts. Inhaltlich prüfen wir nach österreichischem Zivilrecht und kommen zu einer Haftung des Dieter nach dem § 1 fortfolgende EKG, Verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung und nach den § 1295 fortfolgende ABGB ex delicto. Der erste Sachverhaltsteil ist damit abgeschlossen und jetzt können Sie sich aussuchen, machen Sie weiter mit der Eventtransport oder machen Sie weiter mit dem Franz. Wenn Sie sagen, Sie nehmen zuerst die einfachen Konstellationen, um sich quasi für die schwierigen Fallgestaltungen aufzubauen, würde ich jetzt mit Franz weitermachen. Hier kommt es auch zu einem Unfall, allerdings mit der S. Franz und dieser Unfall führt dann im Ergebnis zu einer Schädigung des Franz, die wir in weiterer Folge beurteilen müssen. Ein Schaden des Franz, ein Schaden der Franz verursacht wird, das ist eigentlich recht flapsig formuliert, denn Sie wissen ja aus dem Sachverhalt, Franz hat mit dem Anton einen Leasingvertrag abgeschlossen und aus dem Leasingvertrag darf der Franz das Auto zwar benutzen, aber es gehört ihm nicht. Es handelt sich im konkreten Fall um ein Finanzierungsleasing, nämlich in Form eines Teilamortisationsvertrages, weil der Franz nach Ende der Vertragsdauer für den Restwert des Autos einstehen muss. Und wenn Sie einen solchen Vertrag beurteilen, dann kommen die kaufrechtlichen Regelungen zur Anwendung und wenn die kaufrechtlichen Regelungen zur Anwendung kommen, das ist dann fast wie ein Ratenkaufvertrag, führt das immer noch nicht zu einem Eigentumserwerb des Franz, aber wir haben schon einmal die Klausel beurteilt, ob der Franz weiter verpflichtet ist, bei Unbenutzbarkeit die Leasingraten zu bezahlen. Das ist er, er trägt ja bereits mit der Übernahme wie bei einem Kaufvertrag und als solchen ordnen wir die Vereinbarung ein, wie bei einem Kaufvertrag bereits das Risiko. Das heißt also, dass die Vereinbarung, dass er weiter bezahlen muss, in Wirklichkeit uns bestätigt und überhaupt nicht sittenwillig oder problematisch ist. Und damit haben wir jetzt ein Problem, dass natürlich das Entscheidende im konkreten Sachverhalt ist, im konkreten Sachverhaltsteil ist. Es geht nicht darum, ob die Susi überhaupt haftet, denn sie hat das Auto des Franz touchiert, des Franz unter Anführungszeichen. Damit wird sie natürlich haften, zwar nach dem ABGB, weil sie in Verschulden trifft und sie wird auch nach der Gefährdungshaftung des EKG zur Haftung herangezogen werden können. Aber es geht um die Frage, wem gegenüber sie verantwortlich wird. Denn wir haben auf der einen Seite einen Eigentümer, das ist der Anton, bei genauer Betrachtung hat er aber keinen Schaden, denn die Leasingraten werden ja ohnehin weiter bezahlt von Franz. Franz ist derjenige, der den Nachteil hat. Er muss zahlen. Aber Franz ist nicht Eigentümer. Es ist zwar ein absolut geschütztes Rechtsgut beeinträchtigt, aber es ist nicht das absolut geschützte Rechtsgut des Franz. Und damit sind wir bei einer Konstellation, die sie als Drittschadensproblematik kennen und sie wird gelöst durch die Drittschadensliquidation. Das heißt also, dass wir dem Geschädigten, das ist im konkreten Fall der Franz, ermöglichen, dass er diesen Schadensanspruch geltend macht, obwohl er ja eigentlich bei genauer Betrachtung nur einen bloßen Vermögensschaden hätte und kann dann also gegen die Susi vorgehen. Nun gibt es eine alternative Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, indem sie schon an der Wurzel ansetzen und sagen, ja Moment, es gibt zwar hier einen Eigentümer, der nicht geschädigt ist und einen Geschädigten, der nicht Eigentümer ist. Das heißt aber nicht, dass der Geschädigte, nämlich der Franz, keine Ansprüche auf Basis einer Verletzung eines absolut geschützten Rechtsgutes hat. Der ist zwar nicht Eigentümer, aber er ist Rechtsbesitzer und als solcher ist er, zumindest nach einer starken Auffassung, nach § 372 geschützt. Das heißt also, auch der Rechtsbesitzer genießt Dritten gegenüber absoluten Schutz und Sie sehen, dass sich diese beiden Lösungen alternativ zueinander verhalten. Wenn Sie dem Franz einen eigenen Anspruch nach § 372 geben, weil er in einem eigenen Rechtsgut beeinträchtigt ist, weil er in einem absolut geschützten Rechtsgut beschädigt wird, dann brauchen Sie die Drittschadensliquidation nicht. Die brauchen Sie nur, wenn Sie das verneinen, weil Sie den Schaden dann als bloßen Vermögensnachteil einordnen und genau die Elemente der Drittschadensliquidation dann vorliegen und vorliegen müssen, die dann zu einem Ersatzanspruch des Franz führen. Und, das sei allerdings nur ergänzend gesagt, man könnte die Drittschadensliquidation, die Prämisse für die Drittschadensliquidation auch aus einem anderen Grund bezweifeln. Man könnte sagen, dass der Anton, wenn wir über objektiv abstrakte Schadensberechnung sprechen, zwar nicht nach subjektiv konkreter Berechnungsmethode einen Nachteil hat, aber sein Rechtsgut ist sehr wohl beeinträchtigt worden, sein Eigentum. Und damit könnte man auch die Auffassung vertreten, dass er objektiv abstrakt berechnet, den Schaden in Höhe von 8000 Euro geltend machen kann und das müsste er dann natürlich an den Franz herausgeben. Also Sie haben viele Wege, um hier ans Ziel zu gelangen. Ich fasse das noch einmal zusammen. Franz will aus dem Leasingvertrag zwar nichts zahlen, muss es aber tun, weil die Vereinbarung, wie wir festgestellt haben, hält. Das Problem liegt in der Frage, wer den Schadensanspruch geltend machen kann und hier haben Sie im Prinzip ganz verschiedene Möglichkeiten zu lösen. Sie können § 372 zur Anwendung bringen und damit dem Franz einen eigenen schadensrechtlichen Anspruch von vornherein als Rechtsbesitzer gewähren oder Sie können nach dem Prinzip in der Drittschadensliquidation vorgehen und also dem Franz, obwohl er einen bloßen Vermögenschaden hat, in Klammer, weil Sie § 372 nicht anwenden, einen eigenen schadensrechtlichen Anspruch gegen die SUSI geben, den Sie auf das EKHG oder auf das ABGB stützen können. Eine Subvariante der Drittschadensliquidation ist, dass Sie die objektiv abstrakte Schadensberechnung anwenden und sagen, Moment, der Anton ist Eigentümer und als solcher kann er jedenfalls objektiv abstrakt berechnen und das, was dabei herausschaut, nämlich der Schadensanspruch, das müsste er dann an den Franz herausgeben. Und damit können wir uns dem letzten Rechtsverhältnis zuwenden, nämlich zwischen Anton und der Event Transport. Das ist ein Kaufvertrag über ein Auto, damit ist der Sachverhalt allerdings nicht erledigt, sondern es gibt dann eine weitere Vereinbarung zwischen Event und Xaver, das ist ein Werkvertrag über den Transport von Personen. Der Xaver soll nach Bad Leonfelden zu einer Lesung gebracht werden und dort passiert es, weil, wie der Sachverhalt sagt, beim Entladen bei Anton die Bodenplatte des PKW, den die Event-Transporter nachher übernommen hat, beschädigt wurde. Und jetzt schauen wir uns an, welche Konsequenzen diese Beschädigung, dieser Unfall im Verhältnis zwischen den Beteiligten hat. Und weil diese Rechtsverhältnisse sehr kompliziert sind, schauen wir uns das näher an. Wir haben hier auf der einen Seite den Xaver, der erleidet schwere Verletzungen. Außerdem zahlt er 50 Euro für einen Transport, der nicht stattfindet. Den Werkvertrag hat er mit der Event Transport abgeschlossen. Die Event Transport erleidet ebenfalls einen Sachschaden durch den Unfall, weil ja ihr Notebook zerstört wird. Wir haben einen Kaufvertrag zwischen der Event Transport und dem Anton über dieses eine Auto. Und Sie erinnern uns, jetzt schauen wir uns die Anweisungskonstruktion nur mit Blick auf das eine Auto an. Wir haben einen Kaufvertrag mit B, Valutoverhältnis, und einen weiteren Kaufvertrag mit der C. Wenn wir uns jetzt also die Frage stellen, wie diese Schadensposten zu ersetzen sind, das kann man sich ruhig noch einmal notieren. Die 3.000 Euro Einbuße des Xaver, die 50 Euro, die für den Transport gezahlt werden und die 2.000 Euro, die das Notebook wert war, kann man sich jetzt die Frage stellen, wer kann von wem aus welchem Rechtsgrund den Schaden ersetzt verlangen. Und da ist es natürlich möglich, zunächst einmal das Rechtsverhältnis zwischen Xaver und Event Transport unter die Lupe zu nehmen. Die beiden haben ja einen Vertrag. Aber es wird natürlich auch interessant sein, das Rechtsverhältnis zur K unter die Lupe zu nehmen. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Schäden, die der Xaver erleidet, sondern auch mit Blick auf die Nachteile der Event Transport. Und bei all dem dürfen wir auch nicht vergessen, dass das Auto vollständig zerstört wird, das die Event Transport gekauft hat. Das ist ein weiterer Schadensposten und dessen Ersatzfähigkeit werden wir zu prüfen haben. Wenn wir jetzt also mit den Ansprüchen des Xaver beginnen, dann ist zunächst einmal das Rechtsverhältnis mit der Event Transport interessant. Er hat 50 Euro für den Transport vorausbezahlt, der nicht stattfindet. Und es stellt sich die Frage, ob er die 50 Euro wieder zurückbekommt. Rechtsgrundlage könnte § 1435 ABGB sein, weil es ja bereicherungsrechtliche Kondition zu einer Leistungssteuerung kommt. Und wenn die Leistung nicht gerechtfertigt ist, dann kann sie kondiziert werden. Einschlägig ist die Sphärenteorie nach § 1168 ABGB. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, aus welchen Gründen kommt es nicht zum Erfolg. Und im konkreten Fall ist es recht eindeutig aus Gründen, die in der Unternehmerssphäre liegen. Und damit ist also ein Entgelt nicht geschuldet. Und wenn es, wie im konkreten Fall, bereits bezahlt wurde, kann es bereicherungsrechtlich kondiziert werden. Damit können Sie die 50 Euro einmal abhaken. Im Rechtsverhältnis zwischen X und E könnten Sie aber natürlich auch schadenersatzrechtliche Ansprüche prüfen, weil ja neben den 50 Euro es auch einen, wenn Sie es gewährleistungsrechtlich einordnen wollen, wenn es einen Mangelfolgeschaden gegeben hat, nämlich weil nicht transportiert werden konnte, sind weitere 3.000 Euro entgangen. Den bekommen Sie aber natürlich nur im Fall eines Verschuldens zurück. Und der Sachverhalt sagt hier ganz eindeutig, dass kein Verschulden vorliegt. Das war alles nicht erkennbar. Und die Eventtransport trifft hier überhaupt keinen Verhaltensvorwurf. Allerdings könnten Sie natürlich überlegen, ob Sie die 3.000 Euro, die ja letztlich aus der Verletzung eines absolut geschützten Rechtsgutes des Xaver, nämlich seiner körperlichen Unversehrtheit, entstehen, ob Sie daraus nicht noch einen EKG-Anspruch basteln könnten. Auf den ersten Blick wirkt das jetzt komisch. E und X haben ja einen Vertrag miteinander. Aber das EKG ist natürlich auch auf solche Verkehrsunfälle anwendbar, in denen ein Passagier oder jemand, der eben sich im Auto befindet, geschädigt wird. Er darf bloß nicht beim Betrieb des Fahrzeugs tätig gewesen sein. § 3 EKG gibt Ihnen hier nähere Auskunft. Also der Lenker kann gegen den Halter keinen Anspruch nach dem EKG stellen, aber sehr wohl der Beifahrer oder eben derjenige, der transportiert werden soll. Das heißt, das Eventtransport ist Halterin. Damit könnte man an einen Anspruch nach dem EKG denken. Natürlich ist das auch ein Unfall beim Betrieb eines Kraftfahrzeuges. Man könnte jetzt auch überlegen, ob es zu einem Haftungsausschluss nach § 9 EKG kommt. Sie erinnern sich, wir haben ja gesagt, die Eventtransport trifft kein Verschulden. Allerdings ein unabwendbares Ereignis nach § 9 EKG liegt nur vor, wenn es keinen Fehler in der Beschaffenheit oder ein Versagen der Verrichtungen gibt. Und wenn die Bodenplatte defekt ist und das der Grund für den Unfall, dann liegt also kein unabwendbares Ereignis vor und der Anspruch nach dem EKG ist zu bejahen. Jetzt könnte man natürlich auch überlegen, ob der Xaver alternativ zur Haftung der Eventtransport auch eine Haftung von C in Anspruch nehmen möchte. Also ob es einen Anspruch von X gegen C auf Ersatz der genannten Nachteile gibt. Woran würden wir hier denken? Zunächst einmal natürlich an das deliktische Schadensersatzrecht. Beim deliktischen Schadensersatzrecht haben Sie nur vermeintlich leichte Karten, weil Sie könnten jetzt sagen, beim Abtransport, also beim Abliefern an den Anton passiert das Malheur und die Bodenplatte wird deswegen defekt und ein Verschulden liegt nahe. Und das ist schon auch ein Mitarbeiter von C, der das zu verantworten hat. Aber wenn Sie wirklich einen deliktischen Schadensanspruch prüfen, dann kommt es nur zu einer Verhaltenszurechnung nach § 1315 ABGB von Besorgungsgehilfen. Und nachdem der Sachverhalt nichts über eine habituelle Undüchtigkeit oder gar das Wissen von C von einer Gefährlichkeit eines Mitarbeiters sagt, scheidet ein deliktischer Schadensersatzanspruch aus. Jetzt wissen wir, dass in solchen Konstellationen manchmal an Schutzwirkungsverträge gedacht wird. Aber ein Schutzwirkungsvertrag muss hier aus einem ganz einfachen Grund ausscheiden. Das Rechtsverhältnis zwischen C und B betrifft zwar andere Personen vorhersehbar mit und ist also Schädigungs- und Gefahren geneigt für andere Personen. Aber der Xaver, erinnern Sie sich an die Anzahl der Vertragsverhältnisse, ist zu weit entfernt und damit nicht mehr im geschützten Personenkreis. Das heißt, einen Anspruch aus dem Schutzwirkungsvertrag müssen wir hier ausscheiden. Aber Autos sind ja Produkte und wenn wir an Produkte denken, dann können wir an das verschuldensunabhängige Haftungsregime des PHG denken. Und wenn Sie das PHG zur Anwendung bringen, dann ist das ganz ähnlich wie beim EKG im Prinzip recht einfach durchzuprüfen. Wenn durch einen Produktfehler eine Person geschädigt oder eine Sache beschädigt wird, dann ist das PHG einschlägig und der Produzent der Hersteller haftet. All das ist hier mal grundsätzlich zu bejahen. Hier gibt es ein Produkt, das Auto, hier gibt es einen Hersteller, die K. Und damit gibt es auch an sich genug Argumente für die Anwendung des PHG. Ein Produktfehler liegt auch vor, weil man davon ausgehen darf, dass ein Auto nicht sich bei der erstbesten Kurve um einen Baum wickelt. Also der Produktfehler ist im Sachverhalt ja ganz eindeutig festgehalten. Und damit, nachdem wir auch keinen Ausschluss nach § 2 haben, der Xaver ist zwar Unternehmer, aber er leidet einen Personenschaden und damit wären seine Nachteile nicht ausgeschlossen, könnten wir schon an das PHG denken. Einzig stellt sich die Frage, ob man vielleicht davon ausgehen kann, dass dieser Produktfehler quasi nicht mehr der K. zurechenbar ist, weil Werktorprinzip das Produkt bereits, also die Werkhalle der K. verlassen hat und der Produktfehler dann erst nachher eingetreten ist, sich erst nachentwickelt hat. Da konnten Sie bei einer Klausur natürlich beide Lösungen mit guten Gründen vertreten. Wenn Sie es erkannt haben, dann wurde Ihnen das jedenfalls als positiv angerechnet. Damit fasse ich zusammen. Xaver hat gegen Eventtransport einen Anspruch auf Rückzahlung nach § 1435 und einen Anspruch auf Schadenersatz nach dem EKG. Gegenüber der C kommt ein Anspruch nach dem PHG in Betracht, aber keine Ansprüche nach dem ABGB. Die versehe ich hier deswegen mit einem X. In weiterer Folge kann man sich jetzt also die Frage stellen, ob E-Ersatz für Ihre Nachteile bekommt. Bei den Ansprüchen der Eventtransport muss man jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen, weil es kompliziert wird. Sie haben jetzt ganz verschiedene Schadenspositionen oder allgemeiner gesprochen Nachteile, für die die Eventtransport Ersatz verlangen könnte. Auf der einen Seite muss sie die 50 Euro an den Xaver zurückzahlen. Auf der anderen Seite hat sie nach dem EKG 3.000 Euro an den Xaver zu bezahlen. Dann gibt es einen Schaden am eigenen Notebook in der Höhe von 2.000 Euro. Und das Auto entspricht ja auch nicht den vertraglichen Vereinbarungen mit Anton, weil er gewöhnlich vorausgesetzt ist bei einem Neuwagen, dass er sich eben nicht in der Kurve um den Baum wickelt. Das heißt, wir müssen all diese Ansprüche prüfen und haben vielleicht auch verschiedene Personen, gegen die ein solcher Anspruch geltend gemacht werden kann. Es ist völlig in ihrem Ermessen, womit Sie beginnen. Sie sollten nur versuchen, möglichst alle Positionen abzuarbeiten und dabei nicht den Überblick zu verlieren und außerdem nicht sich in Widersprüche zu verwickeln. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn wir mit den 3.000 Euro beginnen. Denn für diese 3.000 Euro haben wir auf der einen Seite eine Haftung von Eventtransport gegenüber Xaver Beat. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich erinnern, auch eine Haftung des Produzenten. Und damit sind die beiden, nämlich C und E, solidarisch verpflichtet, einen und denselben Schaden zu ersetzen. Einer nach PAG und der andere nach dem EKG. Wenn zwei Personen solidarisch haften, gibt es einen Regress nach § 896 ABGB. Und der Regress richtet sich nach den besonderen Verhältnissen. Und wenn Sie sich die Frage stellen, wer diesen Schaden tragen soll, der letztlich auf den Fehler beim Abliefern des Autos bei Anton beruht, ist es eindeutig, das muss die K sein und damit gibt es nach § 896 einen vollen Regress. Dann könnten Sie sich weiter den Ansprüchen wegen der 50 Euro und wegen der 2.000 Euro zuwenden. Und könnten natürlich genauso wie im Verhältnis von Xaver zu K, auch hier im Verhältnis zu der C, eine Haftung aus dem deliktischen Schadenersatzrecht prüfen. Nur kommen Sie auch hier nicht weiter, weil die Verhaltenszurechnung nach § 1315 ABGB hier wie dort scheitern wird. Jetzt könnten wir wiederum an einen Schutzwirkungsvertrag denken und jetzt könnten Sie sagen, vorher haben wir aber gesagt, der Schutzwirkungsvertrag kommt nicht in Betracht, weil der Xaver ja nicht mehr im Schutzbereich ist. Und bereits da kommen aber erste Zweifel auf, weil es natürlich schon sein kann, dass man sagt, also wenn mir als C klar ist, ich liefere das Auto bei Anton ab und der Anton ist ein Händler, na was soll denn der Händler machen? Er wird das Auto weiterverkaufen und damit könnte man schon mit guten Gründen die Auffassung vertreten, dass die Eventtransport in den Schutzbereich des Vertrages zwischen B und C einbezogen ist. Und wenn Sie das bejahen, dann würden Sie jedenfalls zum Ersatz der 2.000 € für das Notebook kommen. Mit Blick auf die 50 €, das sind die, das ist das, was nach § 1435 zurückzubezahlen ist, an vorausbezahlten Entgelt haben Sie das Problem, da handelt es sich um einen bloßen Vermögensschaden und ob der beim Schutzwirkungsvertrag ersetzt wird, das ist umstritten. Aber die 2.000 € können Sie, wenn Sie diese Einbeziehung in den Schutzwirkungsvertrag vornehmen, jedenfalls bejahen. Sie können sich aber wiederum am Rechtsverhältnis zwischen X und C anklammern und können sagen, dort haben wir auch die Haftung nach dem PAG geprüft. Und wenn es im Verhältnis zum Xaver ein Produktfehler war, dann wird sie auch im Verhältnis zu Eventtransport ein Produktfehler gewesen sein und diese verschuldensunabhängige Haftung greifen. Das ist grundsätzlich nicht falsch, da können Sie auch auf den vorher geprüften Anspruch verweisen. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Der Ausschluss des § 2 Produkthaftungsgesetz wird hier sehr wohlschlagend, weil es sich um einen Unternehmer handelt, der die beschädigte Sache, nämlich das Notebook, überwiegend in seinem Unternehmen verwendet hat. Und damit gibt es gerade keinen Anspruch nach dem Produkthaftungsgesetz. Und damit haben Sie die Ansprüche der Eventtransport gegen die C umfassend geprüft und können sich mit Blick auf das Auto auf einen ganz anderen Schadensposten konzentrieren und dort natürlich zunächst einmal auf Basis der Vertragsverhältnisse einen Ersatzanspruch prüfen. Eventtransport, ich habe das vorhin kurz erwähnt, hat von Anton ein Auto gekauft und beim Kauf eines Neuwagens kann man von Fahrtauglichkeit ausgehen. § 922 gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaft, die liegt nicht vor. Und damit sind wir bei den primären Gewährleistungsbehelfen des § 932. Die Verbesserung ist im konkreten Fall Argumento total zerstört nicht zulässig, nicht möglich. Das heißt, das können Sie nicht richtigerweise prüfen, sondern Sie müssen einen Austauschanspruch prüfen und bejahen. Der Austausch ist möglich. Und dann könnten Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, ob Sie neben der Gewährleistung auch einen Schadensanspruch statt der Gewährleistung haben. Und der scheitert allerdings daran, dass nach der ganz überwiegenden Auffassung dem Händler, der Produzent und das ist ja derjenige, der einen Fehler gemacht hat, nicht nach § 1313a zuzurechnen ist. Und damit haben Sie auch die Ansprüche von E geprüft. Die Ansprüche von E gegen C können wir also auf das ABGB stützen. Dort ex contracto aus dem Schutzwirkungsvertrag, nicht aber deliktisch. Und deliktisch auch nicht auf Basis des Produkthaftungsgesetzes, weil der Unternehmer Ausschluss greift. Im Verhältnis zu A erinnern Sie sich, dass wir Gewährleistung und dort den Austausch bejaht haben. Dass wir Schadenersatz statt Gewährleistung hingegen wegen der fehlenden Zurechnung verneint haben. Länger haben wir uns im Zusammenhang mit der Erstellung der Lösungsskizze mit der Frage auseinandergesetzt, ob wir den Irrtum in das Pflichtprogramm aufnehmen sollen oder nicht. Denn Sie wissen, hier wird eine Gattung geschuldet, nämlich nicht ein ganz konkretes Auto, sondern ein Auto aus einer näher bestimmten Gattung. Und die Lieferung eines fehlerhaften Stückes aus einer fehlerfreien Gattung ist ein Irrtum über zukünftiges und damit ein Motivirrtum. Im Ergebnis haben wir uns dafür entschieden, dafür auch Punkte und eben nicht nur Zusatzpunkte zu vergeben. Und dann waren noch ein paar Ansprüche zu prüfen im Rechtsverhältnis zwischen B und C, beziehungsweise zwischen A und B, also im Deckungs- beziehungsweise im Valuta-Verhältnis. Wobei diese Ansprüche tatsächlich nur überblicksweise dann auch zu prüfen waren. Warum? Es handelt sich in beiden Verhältnissen natürlich um gewährleistungsrechtliche Ansprüche. Wenn Anton der Event-Transport ein mangelfreies Auto schuldet, dann können wir davon ausgehen, dass auch im Valuta-Verhältnis und im Deckungsverhältnis ein mangelfreies Fahrzeug geschuldet war und damit 932 Absatz 2 greift. Im Verhältnis zwischen Anton und B kann man auch einen Schadensanspruch statt Gewährleistung prüfen, wobei sie ja wiederum den Ausschluss auf Basis der herrschenden Auffassung haben, dass der Produzent also nicht dem Händler zuzurechnen ist. Naja, und im Rechtsverhältnis zwischen B und C könnte man umgekehrt allerdings einen schadensrechtlichen Anspruch statt Gewährleistung bejahen, weil wir dort ja tatsächlich 1298 und 1313a zur Anwendung bringen können. Und in all diesen Rechtsverhältnissen könnten sie sich wiederum mit dem Motivirrtum, also dem Irrtum über zukünftiges auseinandersetzen. Damit haben wir den Fall gelöst. Man glaubt es kaum. Und abschließend vielleicht noch ein paar Hinweise zur Punkteverteilung. Wenn wir uns den Sachverhalt anschauen, dann glaube ich sieht man, dass der Schwerpunkt doch relativ deutlich auf den Rechtsverhältnissen lag, die im Zusammenhang mit Event Transport und Xaver standen. Das war auf der einen Seite inhaltlich am schwierigsten. Ich erinnere an das EKG, ich erinnere an die Schutzwirkungen, ich erinnere an das Produkthaftungsgesetz. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch quantitativ so, dass wir hier die Mehrzahl der Ansprüche gefunden haben. Bei einer Punkteverteilung haben sie insgesamt also ungefähr die Hälfte der Gesamtpunkte für diese Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit E und X bekommen. Und die andere Hälfte hat sich gleichmäßig auf die Anweisungskonstruktion und die international privatrechtliche Beurteilung, auf das Rechtsverhältnis mit Dieter und auf das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit dem Leasingauto und Franz verteilt. Und damit war der Fall dann auch schon fertig.